Hallo bei Selbstorientiert! Machst du demnächst dein Abitur? Willst dich jetzt optimal auf dieses Abitur vorbereiten? Dann haben wir für dich die optimalen Lernhilfen für dein Abitur jetzt in der Videobeschreibung verlinkt von uns für euch. Das folgende Video ist für euch ein Zusammenschnitt aus dem Wichtigsten, was für euch relevant ist, nachdem ihr auf dieses Video geklickt habt. Dabei ist das gesamte Video jetzt in der Infokarte verlinkt und folgt auch nachdem ihr den Ausschnitt aus diesem Video gesehen habt. Viel Spaß beim Video! Wie ihr eine ideale Analyse in dem Fach Pädagogik verfasst. Die Analyse ist in der Pädagogik typischerweise die zweite Aufgabe und findet sich nach einer Zusammenfassung des Textes. Dabei soll ein Bezug zwischen Text und bekannten Theorien festgestellt werden. Welche Informationen ihr daraus schon ableiten könnt, ist, dass es häufig so ist, dass in der Pädagogik-Klausur zwischen drei Aufgabentypen unterschieden wird. Die Erörterung ist für uns jetzt erstmal nicht relevant. Dazu haben wir natürlich auch ein Video gemacht. Und auch für die erste Aufgabe, die Zusammenfassung des Textes, haben wir schon ein eigenes Video gemacht. Wir wollen nur hier einen Zusammenhang herstellen. Ganz wichtig ist nämlich, wenn ihr bereits eine Zusammenfassung des Textes geschrieben habt, habt ihr euch sehr intensiv bereits mit dem Text auseinandersetzen müssen und könnt euch das zunutze machen, um die anschließende Analyse zu schreiben. Das heißt, auch wenn in der Klausur mal die Aufgaben anders strukturiert sind und die erste Aufgabe die Analyse ist und die zweite eine Textzusammenfassung, dann solltet ihr das vielleicht für euch selbst umstrukturieren. Denn typischerweise ist es so, wenn ihr euch intensiv mit dem Text auseinandergesetzt habt, dann könnt ihr viel besser auch die Analyse schreiben. Also nehmt euch das vielleicht als kleine Hilfe mit. Dabei ist es so, dass ihr dann eine Überleitung von der ersten Aufgabe formulieren müsst. Das heißt, typischerweise, wenn die erste Aufgabe eine Textzusammenfassung ist, müsst ihr hier überleiten zu der entsprechenden nächsten Aufgabe, nämlich der Analyse. Falls allerdings das Ganze die erste Aufgabe ist, das heißt, dass ihr noch keine Einleitung geschrieben habt beziehungsweise dass noch keine Quellenangaben vorhanden sind, ist ganz wichtig, dass ihr die Tateformel anwendet. Im Fachpädagogik solltet ihr neben Titel, Autor, Thema, Textsorte und dem Erscheinungsdatum ganz penibel darauf achten, wie die Quellenangabe formuliert wird. Das heißt, da solltet ihr wirklich versuchen, eine exakte Quellenangabe zu nennen und alles, was ihr an Quelle finden könnt, einmal zu formulieren. Das ist insbesondere von den Pädagogen sehr häufig gefördert. Außerdem solltet ihr auf das Analyseziel eurer Aufgabe eingehen. Und dann ist der Hauptteil der Analyse der Hauptbestandteil eurer Arbeit. In dieser geht es darum, die Position des Autors zu analysieren. Das heißt, ihr müsst euch zum Ziel setzen, einen Bezug zwischen Text und euch bekannten Theorien herzustellen. Ihr sollt also her erstmal gucken, was für eine Position vertritt der Autor, die Autorin und diese dann analysieren. Dabei ist es ganz wichtig, dass ihr eine differenzierte Betrachtung und Einordnung des Inhaltes vornimmt. Das heißt, dass diese Aussagen, die vom Autor getroffen werden, stets genutzt werden, um dann einen Bezug zu den altbekannten Inhalten des Unterrichts herzustellen. Ganz wichtig ist, dass ihr diese Position des Autors analysiert, mit allen Gegebenheiten, Argumentationsweise, aber auch stilistischen Mitteln, die er nutzt, sowie auch der Argumentationsstruktur. Gleichzeitig aber auch einen Bezug zu den bekannten Inhalten des Unterrichts herstellt und dementsprechend entsprechende Theorien auch benennt und mit allen Gemeinsamkeiten und Unterschieden darauf eingeht. Wichtig ist außerdem, dass ihr bei der Analyse in der Pädagogik auch darauf eingeht, welche Stellenwerke die Quelle hat. Das heißt, ihr müsst auch darauf eingehen oder darauf hinweisen, ob die Quelle, zum Beispiel ein Fachbuch oder eben auch eine Fachzeitschrift, in diesem Fall auch als pädagogisch wertvoll eingeordnet werden kann, beziehungsweise als kredibel eingeordnet werden kann. Typischerweise ist das nur ein, zwei Sätze, aber auch das solltet ihr in der hier stattfindenden Analyse nicht vergessen. Außerdem solltet ihr damit dann auch anschließend erklären, welche Leserschaft das Ganze anzieht. Typischerweise könnt ihr da unterscheiden zwischen Fachpublikum und interessierten Leserinnen und Lesern. Nur selten werdet ihr einen Text in der Analyse vorfinden, wo es wirklich ein Laientext ist. Das ist also typischerweise, müsst ihr im Hintergrund behalten, wird aber typischerweise nicht drankommen. Anschließend solltet ihr dann oder abschließend sogar ein Fazit verfassen, indem es darum geht, eine kurze und prägnante Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte und der wichtigsten Hervorkommnisse eurer Analyse zu gestalten. Das heißt, hier geht es wirklich darum, kurz, prägnant zusammenzufassen, was habt ihr in eurer Analyse entdecken können, welche zentralen Analyseergebnisse habt ihr und inwiefern lassen die sich dann mit bestimmten Theorien verknüpfen. Und hier sollte natürlich nichts Neues genannt werden und dementsprechend ein abschließendes Fazit stattfinden. Und damit ist jetzt das Video eigentlich vorbei. Wir haben für euch jetzt die wichtigsten Informationen rund um das Thema zusammengefasst, aber wir möchten euch nochmal ein wichtiges Video an dieses Video anhängen, damit ihr nochmal eine Gesamteinordnung in das Thema bekommt. Das heißt, für euch folgt jetzt nochmal ein inhaltlich relevantes Thema. Falls ihr daran auch interessiert seid, bleibt einfach dran und dann könnt ihr euch auch ein bisschen weiterbilden. Viel Spaß mit dem Video. Kommen wir jetzt zu nochmal weiteren Besonderheiten, die man definitiv beachten sollte, wenn man eine Klausur in Pädagogik schreibt, beziehungsweise wenn diese Analyse in Pädagogik stattfindet. Und dabei ist es ganz wichtig, dass ihr die Zitate nutzen sollt. Das heißt, wenn ihr typischerweise eine Textwiedergabe machen sollt in Pädagogik, ist das nicht notwendig. Hier bei der Analyse ist es aber ganz, ganz wichtig, dass ihr exakte Zitate nutzt. Das heißt, dass diese Zitate, die hier angebracht werden, auch tatsächlich direkte Zitate sind. Ihr sollt jetzt nicht nur noch vergleichende Zitate machen, also typischerweise ein in Klammern setzen und dann VGL-Zeile 35 folgende, sondern ihr sollt jetzt hier wirklich wortwörtlich zitieren und das auch explizit einführen, damit genau die Meinung des Autors analysiert werden kann, damit die Argumentationsweise analysiert werden kann und damit die Vergleiche hergestellt werden können. Vergleiche müssen dabei stets sachlich fundiert sein und müssen dementsprechend auch angeführt werden. Das heißt, ihr solltet diese Vergleiche, die ihr hier einbringt, stets auf einem Grund basieren, den ihr tatsächlich begründen könnt, sachlich begründen könnt und dementsprechend auch Unterschiede und Gemeinsamkeiten deutlich hervorheben könnt. Dabei ist es ganz wichtig, dass zu diesen Vergleichen natürlich auch wieder Zitate genutzt werden. und diese müssen dann sinnvoll integriert werden. Es bringt nichts, wenn ihr einfach eine Aneinanderreihung von wahllosen Zitaten in eurem Text habt, sondern es ist ganz wichtig, dass die Analyse strukturiert aufgebaut ist. Das heißt beispielsweise erst Unterschiede, dann Gemeinsamkeiten oder erst Gemeinsamkeiten, dann Unterschiede oder chronologisch das Ganze abgearbeitet wird und dann abschließend eine sinnvolle Integration dieser vorhandenen Zitate stattfindet. Außerdem solltet ihr das Ganze strukturiert wiedergeben können. Das heißt, die Argumentationsweise, die ihr ja analysieren sollt, solltet ihr strukturiert wiedergeben können. Auch hier wieder chronologisch oder entsprechend eures Textes mit der Struktur Unterschiede, Gemeinsamkeiten. Wenn ihr das da ansprecht, dann könnt ihr das einbringen. Abschließend könnt ihr dann nochmal Leserschaft, Quellenangaben, darauf hinweisen, Kredibilität des Autors, außerdem nochmal anführen. Und damit soll es auch gewesen sein, von diesem Video rum um die Analyse in Pädagogik. Wie verfasst man eine ideale Analyse, haben wir heute geklärt. Und wir zeigen euch nochmal das Wichtigste. Das Wichtigste war, dass ihr entweder eine Überleitung von der ersten Aufgabe nutzt oder die Tate-Formel mit ausführlichster Quellenangabe nutzt. Nutzt da wirklich alles, was ihr an Verfügung stehenden Informationen habt. Dann könnt ihr mir die Position des Autors analysieren und eine differenzierte Betrachtung und Einordnung des Inhalts ermöglichen. Und abschließend ist es so, dass der Bezug zu den bekannten Inhalten des Unterrichts dann stattfinden muss mit entsprechenden Theorien, Gemeinsamkeiten sowie aber auch Unterschieden. Und ihr solltet abschließend dann nochmal ein Fazit verfassen. Dabei solltet ihr grundsätzlich darauf achten, dass es kurz und prägnant ist und keine neuen Informationen teilen, die dieses Fazit sind. Und versucht insgesamt bei der Textanalyse darauf zu achten, dass ihr Zitate nutzt, dass Vergleiche stets sachlich fundiert sein müssen und dass eine sinnvolle Integration der Zitate stattfindet. Und damit soll es das gewesen sein von diesem Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir würden euch jetzt nochmal darauf hinweisen wollen, dass wir ein Buch zur Klausur in Pädagogik geschrieben haben. Falls euch das interessiert, ihr euch gerade aufs Abitur vorbereitet, dann ist das sicherlich eine hilfreiche Strukturhilfe, Lernhilfe für euch, in der Klausur in Pädagogik erfolgreich zu sein. Viel Spaß dabei. Erster Link in der Videobeschreibung. Schriftliche Zusammenfassung sowohl als E-Book als auch als Taschenbuch jetzt auf Amazon verfügbar. Und ansonsten wollen wir euch natürlich auch ermutigen, unser Video zu liken, falls es euch gefallen hat. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren und einen Kommentar schreiben mit Verbesserungsvorschlägen. Gerne auch weiteren Themenvorschlägen. Insbesondere zum Thema Pädagogik haben wir einiges fürs Abitur und auch für weitergehende Lerninhalte bereits bereitgestellt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!